Das ist atemberaubend. Raffinus. Die wirken so frei. Also, wie ist es am Grund des Tals? Das kann ich nicht sagen. Zwar wissen wir viel, aber haben nur einzelne Fakten und keine Ahnung, welche Wahrheit sich aus ihnen ergibt. Wir wissen, dass der Zora Magdaros dorthin zieht. Aber warum? Die Welt ist voller Geheimnisse, die uns verzehren. Ja, und köstliche Geheimnisse, die wir verzehren. Hey, ich glaube, ich hab was gefunden. Also landen wir. Oder auch nicht. Ich hab's mir gedacht. Wir haben ihn in seinem Jagdrücken gestört. Wir sollten uns zurückziehen. Ich hab's mir gedacht. Ich hab's mir gedacht. Ich hab's mir gedacht. Ich hab's mir gedacht. Ich kann euch In's 메� ruin.